Okay, jetzt könnt ihr die Schäkel am Schild befestigen. Und go! Schlanden, Boss! Komm schon, nicht schlapp halten! Ich muss kurz weg. Schlanden. Hey, du bist ja, du musst ja dringend zu Loropädie, Mann. Gut, wo dran jetzt? Schild, überleg doch mal ans kleine Schild, oh. Äh, Bicke, hoch, na natürlich auf den Hänger. Also, du gehst jetzt zum großen Schild. Hä? Hast du eben gesagt gleiche? Hast du schlechte Ohren? Na gut, dann geh ich eben grad weg, von der anderen Seite. Dann komm ich hier vorbei, Chef. Ha, 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 au! Zum Glück hatte ich einen Helm auf. Natürlich unter die Stütze durch, oh. Hä? Dumme Stützen! Au, au, au! Auch noch dieser blöde Laster. Hey, das ist kein blöder Laster. Und ich gehe jetzt bestellig weiter. Na gut. Und jetzt, muss ich noch ein Telefonat machen. Gut, Chef. Ach, wie toll. Ran in den Speck jetzt. Du bist doch kein flauer Haken. Was? Flauler Haken? Was hast du gesagt? Flauler Haken, natürlich. Machst du paar aufs Maul? Nein! Äh, ouch! Äh, 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 au! Äh, äh, au! Auseinander! Ihr seid doch keine blauen Haken! Ey, wer spricht da? Ihr Trüblinge! Geht jetzt an die Arbeit! Sag ich! Na gut, Chef. Ey, seid ihr noch ganz klar? Wir haben hier was zu tun. Schluss jetzt. Oder ich streich dich von der Payroll. Oh. Das ist kein Geld mehr. Okay, dann sieht die Sache schon wieder anders aus. Komm jetzt! Los, entschuldige dich bei deinem Kumpel. Entschuldigung. Mach es auf. Finde ich nicht so an. Äh, ich hab keine Lust hart zu arbeiten. Dann fliegst du raus. Überleg dir das genau. Wer soll deine Kinder zur Schule bringen? Wer soll meine Kinder zur Schule bringen? Hä? Zur Schule? Bist du noch klar? Schäkel und Kette kann montiert werden. Könnt ihr bitte mal, äh, bei dem sagen, dass er jetzt die Kette losgelassen wird, dass es nicht direkt auf seinen Kopf geht? Gut. Gut. All montiert. Wir lassen gerade eins runter. Achtung, da unten. Alle weg da. Oh, Mist. Alter, hart. Autsch. Hey, bist du noch klar oder was? Dein Kran. Entschuldigung. Du fliegst bald raus. Los. Ruf einen Krankenwagen. Der hat nur eine kleine Gehirnerschütterung. Der kommt schon wieder zu sich. Outlast. Outlast.